Aber mein Ring, boah, hast du den Ring, den ich dir beim Abschied gegeben habe? Ähm, den Ring, äh, der hat mir einmal das Leben gerettet. Aber wie? Ja, ich bin einmal beinahe verhungert, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und da, da hast du mich um Beistand gerufen. Nein, ich hab ihn versetzt. Er war das einzige Kapital, das ich hatte. Was? Ja. Komm, lass uns noch etwas singen. Ja, aber den Ring holen wir uns wieder. Weißt du noch, wie wir damals zum ersten Mal dieses Lied von Eduard Kühnecke... Ja, jetzt lass doch mal unser ganzes Lied. Weißt du noch, wie wir als Kindige spüren? Ach, das ist ja so lange, so lange schon her. Weißt du noch, was wir als Kindige sind? Ach, heute, ach, heute weiß ich denn viel mehr. Heute fühl ich wie Liebesland. Lieb so, lieb so, mein Herz ist so warm. Sag mir doch, Kindige, warum? Als ich so selbst nicht, es ist auch zu dum. Manchmal erkämpf ich dein jedes Gesicht und dann bin ich so froh. Manchmal denk ich, du bist es gar nicht und dann schäme ich mich so und dann schäme ich mich so. Kindchen, du musst mich so schrecklich viel denken. Du fühlst mich wohl alles süß. Du musst mir nicht nur nötig das Klöpfchen verdenken. 귓 heldig das Klöpfchen verdenken. weil es so zu mir geht. aterial Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020